halli hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge let's play fit beast monster mit dem lieben mit dem lieben master break 347 und dem lieben der elektropäer nicht weiß dass wir agrarian sky spielen danke ich dachte wir stehen noch monster nur auf einer anderen map jetzt also wir haben ja letztes mal kobold gefunden und wir wollen und wir werden jetzt einen den ganzen machen eine spitzsacke mit manel im kopf genau er bekommt die spitzsacke mit manel im kopf und ich bekomme dann meine pfanne mit manel im kopf und ich habe eine pause mal kurz schon mal alles für unseren nächsten unsere nächste quest erfüllt und zwar we must go deeper und also ein auto also ein autobrenner so sagen wir mal genau da muss ich jetzt da muss ich jetzt nur noch alles einmal kräft also ich habe schon als kräfte ich muss nur kurz mal ins inventar alles reinlegen da haben wir den autobrenner so und somit können wir jetzt auch ein klein wie wort machen ich nehme die zweite tasche also die recht die erste linke klein wie wort oder die wunderbare musik und ein greater bepäck was hat er mir gegeben jetzt haben wir zwei halbe herzen machen wir ein ganzes raus und darf ich dir meine herzen schenken es ist voller liebe ich hab dir doch eins gegeben wird dann nicht dann futter ich sie nimmt so auf drei was ich muss erstens noch mal im tag nach zwei ich meinen leuten zeigen wie so ein autobrewer gemacht wird da man braucht eine brewing stand plastic sheets reds reception kreuz wird es ein repeater und so weiter und so fort passt jetzt gesehen ich habe jetzt schon mal geöffnet und ich habe ein buch drin mit effizienz 3 aber warte mal was ich nie was ich übersehen habe ist nämlich als wir aus nether rausging hatte ich auch ein buch dabei das habe ich wahrscheinlich von irgend so um viel getroppt ich muss es nun grad finden weiß es nicht wo ich reingepackt habe nee das war es nicht das war silk touch glaube ich hätte meine mein krepp hinten genau was ist poison i v y ich habe ein buch mit teusen wie 1 ich habe keine ahnung als ich glaube das macht wie er so wie es auch so und sagt gift schläge okay und sonst habe ich persönlich keine ähnung gut jetzt jetzt kann ich ja eigentlich mal gucken was was gibt es denn als nächstes never again again angry doll und creepy doll die haben wir sogar beide noch ja dann hole ich die mir doch mal schnell mal jeweils ein ich weiß nicht wofür die eigentlich da sind so okay nochmal drauf okay ich habe die jetzt irgendwie bei mir im inventar aber weiß nicht was ich damit machen muss kannst du mal gucken warte ich gibt sie dir mal kurz ob bei dir was stehen tut es sind ja eigentlich auch die richtigen warte ich muss mein buch nehmen never again ja die werden muss man glaube ich herstellen ach herstellen ja also nur sie haben gilt nicht muss sie herstellen auch weil das sehr langweilig ja okay dann guck ich mal die können wir schon mal nicht herstellen dafür braucht man oder haben wir nether war zu nein haben wir nicht umlegen musst du für eine nether gehen dafür brauchen wir noch blaze powder glows down dust redstone irgendwie so eine puppe wie aus irgendeinem clay und einem diamanten oder hast du eine plattform eine schablone die liegen irgendwo in irgendeiner kiste rum ja ich weiß dass ich diese dolls schwer herzustellen sind also ich glaube wir müssen damit erstmal warten ja und damit warten wir dann eben bei der küche noch schon lange nichts mehr gemacht ja küche können wir ja oder doch küche können wir jetzt glaube ich anfangen weil wir da im teils salz und milch äh wasser butter heavy cream und schieß brauchen kann man ja gar nicht alles erstellen okay dann fange ich mal an mit milch okay äh freshmilch brauche ich ein eimer milch und da brauche ich erstmal eine zentrifuge kriegt man nicht von kühen auch milch ja bieten mit bei mir einfach draufhauen na mit dem eimer einfach hingehen ok du hast meinen eimer noch habe ich nicht ich habe meinen eigenen eimer und wo ist mein eimer jetzt bitteschön wieder hin der ist bei dir als er hier kommt alles weg glaubt man es hier kommt alles weg na gut ich glaube aber wir haben eigentlich genügend eisen dass ich mir nochmal ein herstellen kann ähm wir sollten mit unserem eisen nicht unnötig ressourcen verbrauchen du kannst doch hier den eimer nehmen den ich habe der liegt in der kiste mit unseren gegen also liegt in der kiste hier da wo du gerade dann ja aber ich glaube ich weiß nicht ob einmal danach verschwinden mal gucken was gibt die milch gibt die milch gibt uns heiß so jetzt haben wir freshmilch ah den eimer haben wir noch gut dann mache ich schon mal menu sub it fresh water ich glaube das water konnten wir ja nur mit der barrel herstellen ne frisches wasser weiß ich nicht ok mal gucken ähm fresh fresh water ok eigentlich müsste das dann so wenn ich den jetzt hier haben wir fresh water auch gut ähm menu submit dann gucke ich jetzt mal nach butter äh ok dafür brauche ich ich sagen wir jetzt nicht nochmal nein was denn da können wir glaube ich noch lange suchen wieso oder haben wir haben wir äh ähm warte mal water cane pot kriege ich fällt wir haben ja so ein pot vielleicht habe ich dachte gerade schon wir müssen irgendwie nether salz zu holen aber geht auch so okay geil wie wirst du den spritzakke nennen ich baue dich ab soll ich richtig schreiben oder bleib richtig so damit so dann butter hier war jetzt noch mal butter salz habe ich jetzt brauche ich noch heavy cream okay es ist bei mir wieder diesmal eine sehr produktive folge mit 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 eben teilt so ein paar sachen was kann man dafür wegschmeißen denn warum schmeiß ich brauche aber wir haben sogar noch so jene wunderbar so ein mixet und dann brauchte ich nochmal so meine neue pfanne ist fertig und dann brauchte ich nochmal okay herzlichen glückwunsch ein eisen und ein sticky brauche ich jetzt nochmal hier ist eine spritzakke dankeschön ich baue dich ab hast du gerade ein eisen bei dir zufällig ein eisen ingot rein zufällig nicht ich geh jetzt mal eine pancake so habe ich meine pfanne genannt jetzt ein bissel ausüben ich habe wieder beherding drauf ich habe wieder beherding drauf das ist doch nicht schlecht noch wieder knockback drauf noch wieder knockback drauf wieder knockback drauf ja ich habe es ja schon ich habe doppelt knockback drauf kann man sich irgendwie taschen herstellen welche taschen so rucksäcke eben halt ich brauche ein größeres inventar wo ich mehr sachen lagern kann naja knapsacks gibt es gleich noch ja meine ich ja ja kann man gleich ja stimmt brauchen halt leder jo so haben wir das dann kommt das hier rein das kommt hier hin es ist unglaublich aber bei pfanne gleich habe ich genau das gleiche bekommen wie beim letzten okay ich habe beherding ich habe knockback ich habe halt kein smite aber ich habe auch reparatur wieder drauf okay also war ich gerade blöd wie war denn das noch mal heavy cream ach genau so neben da zack voila wenn ihr submit weißt du was in so einer strongbox drin sein kann hast du doch eine strongbox bekommen wenn wir gleich dieses wenn wir das hier gleich abschließen ja nein in der strongbox ist noch nichts drin obwohl doch kann das drin sein okay mag es aber ich werde dann gleich auch erst mal meine tasche öffnen vielleicht bis das noch nicht geöffnet gehabt okay so das jetzt ah ich bin komm da jetzt nicht gold einmal frisches wasser und den da das tauschen auf und da ist ja so ich habe mutin jerky weiß es ab ist auch fertig also ich habe jetzt alles hergestellt ich drück schon mal claim reward ich drück schon mal claim reward hell's kitchen spice it up ja fresh milk salat fresh water butter heavy cream and cheese hergestellt 8 mondzeit jerky habe ich aus meinem ding heraus bekommen ja ich habe heute eben so einen scheiß jerky bekommen also wenn ihr sehen wollt wie ihr die butter und alles in zeich hergestellt hat schaut das bei ihm an genau ach so hier sind in der strongbox sind bei mir sind da da sind saplinge drin ja ich glaube die brauchen wir noch also die sapling aber dafür kommen wir die strongboxen dazu olive sapling peppercorn sapling und cinnamon sapling ja ich habe es die wallback gut ich habe ein schwert bekommen silk touch 10 ok so und wieder nice moose ice was brauche ich denn da ein glas hier glasier absolut glasier glasier reform glasier decipher immer und so wie auch nicht wie er heißt ja das ist da ein pisten okay glaubt da können wir auch nicht weitermachen wieso weil wir brauchen schnee ja magst du mal ein glacial oder wasser oder wasser also in zwei bucket formen wasserbuckets waterbuckets ich gucke ich gucke immer auf das oberste weil ich das unsere meistens nie sehr okay gut dann werde ich das mal machen aber ich muss mal kurz ein paar brote futtern ich glaube jetzt geht es mal den weg der bienein weil du zu blöd bist zum besen macht das macht das ist alles so anders also also apiary brauche ich einen ein abjahr du das tut das im doing it now also du hast auch keine impregnate casing gemacht oder und auch kein carpenter doch carpenter steht oben ok ja genau steht da hier genau holz steht auch schon da hast du auch sonst sieht eil gemacht ich habe ich hatte bisher keine sie sich muss gleich ich habe schon knochen ich habe auch noch nicht okay ich kümmere mich jetzt wieder gesagt um die biene kannst du während das was anderes machen ja ich helfe dir jetzt einmal schnell einfach rechtsklick machen muss nicht links klick machen zum abfahren ja ja ich weiß ich stehe eigentlich ganze zeit auf einem drauf ja aber ich meine wir können auch hier kurz durchgehend alle ab bauen hier sind dann kriegen wir auch mehr brot ja schon aber ich hätte gleich danach abgebaut ja ich mache zuerst ja ich mache ein passt ich habe meine so ich mich eigentlich auch mal im crafting von zeugs woher beteiligt sich war ja ich meine vorher musste ich werkzeuge herstellen sorry dass meine werkzeuge und zu viel nützen so ok ist drinnen unsere sieht so und was wollte ich jetzt machen ich habe jetzt mein inventar so gut wie es geleert und jetzt ich auf der suche nach wie viel brauche ich denn davon noch mal einen ja sekunde ja wir müssen uns eh noch einmal herrschen aber immer schon einmal wieder lava ja bitteschön hier nimmt ihn doch auch auf unmöglich das mit der du weißt du das tadaa der tank ist echt gut den kann man einfach so mitnehmen ja und das lava bleibt drin so ähm ich habe es eigentlich schon tausendmal gecraftet aber ich muss immer mal wieder gucken wie das äh vier glas ähm jetzt ist wieder die frage wo ist das glas hier ist es auch nicht hier aber so machst du denn aber ich würde sagen neue plattformen für die bienen ja werde ich noch machen ich würde ich würde ja irgendwie so so dass ich so dass es auch vielleicht gut aussieht ähm wie heißt es ein ein haus oder so 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 ein bienenhaus bauen ok so ein so ein kleines aber auch wenn nur mhm bienen brauchen erde bienen brauchen sonne bienen brauchen schutz vor regen etc und so weiter und so fort also bienen werden verschiedenste sachen brauchen von dem her ich werde für eine plattform machen und für jede biene ist alles anpassen müssen so das probleme am bienen ist äh wir brauchen gras was eine bestimmte person versehentlich kaputt gemacht hat mit seinem intellektuellen intellekt aber denk auch dran dass wir ähm 16 gras hier in einer kiste rumfliegen haben ja 16 gras ist halt die frage ob wir damit auch gras blöcke machen können musst du ausprobieren ich bin ich sagen können es gibt nur eine möglichkeit gras herzustellen mit zieht bauen mir dort sieht und eine alchemy chemistry zeit ok mich ich werde angeschrieben werde ich doch nicht ich werde nur wieder zu jurassic park eingeladen hä spielst du jurassic park äh facebook spiel weißt du so ähm so ähm gut dann mach ich mir erstmal das ding nochmal machen wir den hier dann ich glaube ich werde auch gleichzeitig mit blutmagisch spielen was auch nicht deine sache ist ja darfst du auch gerne weitermachen habe ich auch kein problem mit ja 1 2 3 4 bin ich nicht einfach zu allem dafür zu blöd ja sag's doch gleich so ich bin einfach zu blöd für alles da sag ich doch so jetzt brauche ich dein eimer und ein eimer wie meinst du das so eine brauch jetzt zwei eimer wasser um diese maschine fertig zu stellen ja gleich komm zu dir runter danke bitte schön so weg zwei water buckets kommen dann noch ach man ich war auch gerade unten und ich brauche körpern müssen wir uns jetzt heimlich mal nach unten hinschleichen heimlich ein auf den machen das zurückschmeißen weglaufen so gut wo war mein fehler ich habe wahrscheinlich wieder das falsche bucket ich habe eigentlich alles genau richtig so wie es unten in dem rezept drin steht aber es geht nicht gleich warte ich komm hoch ich brauche nur kurz meine sachen ein paar gleich komm hoch warte warte mal ah ich bin auch so blöd ne ich bin gut das ist kupfer nicht bronze oder ja wow und das habe ich gewusst ohne das rezept anzuschauen ich habe mir die falschen grad schnappt aber haben wir noch irgendwo kupfer ja hinten bei der kiste hinten beim dingensens also hinter der schmiede ah ok hab schon danke ja so ach gott ich bin so ein trottler haben wir einen emerald ähm ja haben wir und zwar hier den habe ich gerade kann ich dir gleich geben moment mhm weil den könnte müsste ich glaube ich wohl auch gebrauchen jo warte hier ich habe jetzt diesen diese maschine mhm so clan reward gleich mach ich so äh so wir haben jetzt 15 leben ist irgendwie ein bisschen übertrieben so ein bisschen finde ich ach was passt ja ähm bei health's kitchen nicht wahr ja ja äh ne smooth ja hell's kitchen smooth ice so clan reward 16 leben und bei mir ist drin larger glowstone bricks large obsidian bricks large lapis bricks also ich habe einen haufen dekorative blöcke so ich habe so ich habe äh bottle of essen alles mit was mit magie zu tun hat glaube ich so ein bisschen ok so komm äh schmeiß ich mal hier rein ich mach mal als rost mach das und ich guck mal ins questbuch was die nächste schöne mission für uns aufsichert ach du machst Toastbro oh doll jorge wir müssen 10.000 Toasts machen ohne geh auf hell's kitchen dann auf Toastbrot und dennoch menu sub gleich warte 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 also hell's kitchen Toastbrot menu sub mit 0 von 10.000 Toastbrot jup cool Toast is also a wise decision when one's hungry it's delicious with almost everything the crazy one would like some toast as well but unfortunately all his own experience went up in flames or burnt to a grips could you please help this powerful being by providing some much needed toast aged ah super aber wir auch zum beispiel aged juice und dafür brauchen wir auch 10.000 also wir müssen weniger machen und weniger ist ja wie du weißt äh essig ich glaub wir dürfen 10.000 von sie ziemlich alle machen also viel spaß jo jo ja ich bin aber grad dabei die nächste mission abschließen gleich mhm das habe ich das wieder hier reingepackt ach ja wir müssen unser nether eisenohr iron ohr mal schmelzen ne ok so so das war der erste heumilk achso ähm hast du noch rein zufällig so ein so ein kabel welches kabel denn für energie glaube ich glaube ich ja weniger ähm musst du ein kabel aktivieren ich weiß gar nicht braucht man für ein presser ne ich glaube ein presser braucht keine energie ne weiß ich gar nicht johann johann hm 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 wov'n hm hm h hm hm Nein Fresh Milk Auch Fresh Milk Dort am überlegen Was brauchen wir dafür noch Firm Tofu Soy Milk So Kannst du mal kurz herkommen Sekunde, weiter Ich will nur was kurz gucken Ich brauch dann gleich deine Hilfe, aber schnell Jo Ach, ist fertig Brauch ich sogar gar nicht von Hilfe Also wir haben dann gleich Hier Hier hast du das jetzt gerade gemacht, erklärst du es mir bitte? Gleich Ich hab hier so ein Sacrificial Bloodtop Hock mich hier rechts Also zum Schiffschrank klicken und dann so hier rechts Und da kommt dann Blut rein und ich verliere Leben Okay Okay, Claim Reward by Bloody Power Okay Äh, wo war das? Äh, Magic, ne? Ja Ja Äh, hier unten Oh ne, ich hab noch mehr dekorative Blöcke bekommen Okay Und du weißt nicht mal wie viele Und ich habe Seeds bekommen Blackberry Seed, Corn Seed und Salat Seed Ja egal, Salat Seed brauchst du ja Für deine 50.000 Salate Es sind 50.000 Salate, die du brauchst Voll für den Arsch Die war in der Venetion Äh, äh, wo stand das? Die Venetion Ja, bei der Küche, bei Hell's Kitchen Ach, da sind jetzt alle offen Ja Tausend Mal Spaghetti mit MadBelgian Tausend Mushroom Burger Turf & Turf 1000 Weiß ich nicht an 10.000 Tomato Hm, das kann auch ne lange Nacht werden, nicht wahr? Jo, ähm Aber ein Vorteil 130 Breakfast Hä? Bei, bei Most, äh, Most Important Meal 30 Breakfast 100 war nur Okay So, aber ich wollte ja, ähm Ich weiß nicht, wie ich das herstelle Wie, was herstelle? Serm Tofu und Sojamilch Soy Milk Ähm, Hell's Kitchen, oder? Was meinst du damit? Nee, ich mein, welche Ja, ja, Hell's Kitchen und dann Welche Mission? Äh, Vegan Delight Okay Okay, ähm Soy Milk und Firm Tofu Genau Ähm Firm Snack Ähm, musst du glaub ich wohl finden, irgendwie Soja Soja Muss Das wird kein normales Rezept sein, muss dann im Internet suchen Ja, sehe ich auch so Gucke ich später nach Mhm Mhm Ah ja, ist auch irgendwie total logisch, ne Ich sehe gerade Ähm, aus Spaghetti Mit dem Tofu Bekommst du deine Spaghetti mit Mettbällchen Hä? Aus Spaghetti? Ähm, aus Spaghetti mit dem Tofu Ja Bekommst du Spaghetti mit Mettbällchen Äh, okay Ja Ganz logisch Äh, ja Okay, ich such mir jetzt mal eine andere Option Aber Mission raus hier auch nicht Learning Skyblock Die Dollys kann ich ja auch noch nicht machen Wir haben die nächste Quest, die wir reinholen können Bei Wizard wieder? Ja Äh, Divine Divination Okay Welchen... Welchen... Gator soll ich da nehmen? Achso Äh, ich nehme deinen Greater Power Catalyst Du nimmst das Blaue und das Rote Den wollte ich eigentlich auch nehmen, aber egal Ja, gut Ja, also nimmst du das Rote Ja, also nimmst du das Rote? Okay, ich nehme das Rote Ja Okay Nächstes Herz 20 Leben müssten wir denn haben, oder? Ich habe... File of Accenture File of Accenture File of Accenture Ich habe jetzt gerade einen Haufen File of Accenture bekommen Bacon Jerky Schau mal was ich gekommen habe hier Ist das nicht geil? Später von VonCraft Ach die, die habe ich hier auch schon drin in der Kiste Ach die gleichen? Ja Ja Voll für den Arsch Also wir kriegen schon keinen Platz mehr brauchen Echt meine... Genau weißt du Einer von uns müssten mal einen Storage Raum machen Jo Okay, so, Buch Wie geht's weiter mit der Magie? Oder wir sollten... Oder wir sollten mal anfangen mit sortieren Vielleicht Na, wir brauchen einen Kistenraum Alchemic Chemistry Set Zero of One Ich suche mir gerade noch eine Quest Weil ME schafft man ja noch nichts Wack ich habe drei Pregnated Casings gemacht Scheiße Essen ist auch nicht Yo is the flow Und hier können wir ja auch nichts herstellen Redstone Ofen Ähm Okay, ich weiß gar nicht was ich jetzt... Warte mal Wozu soll ich jetzt mein Brot futtern? Ich hau mein Brot in den Ofen rein, um Toastbrot zu bekommen Hm, ich habe meins gefüttert Also ich werde... Ich werde doch meins weiterhin futtern Ich helfe dir jetzt mal so... Ich helfe dir bei Magie, weil die anderen kriege ich auch nicht hin Okay Wir hau mein Apiary Wuhu Wir können wieder einen Reward claimen Ich nehme den rechten Bag Buy Bees and Trees Bees and Trees? Warte, Open Mhm Wo denn? Bees and Trees, da und das Apiary Cultivating Bees Steht bei mir noch 0 von 1 Ich habe aber Apiary Zone Oh was ist denn da schon wieder Nochmal neue Nochmal Buch Tees and Trees Open Jetzt... Welchen hattest du? Ja, den rechten Bag Nämlich den linken Mhm, was ist denn das? Ein Greater Bag Was bekomme ich? Geil Oh wie geil Oh wie geil Das ist geil Das ist richtig geil Das ist... Weißt du was ich habe? Was denn? Ein Jetpack In FormCraft Jetpack Äh FormCraft X Of The Stream FormCraft Spitzacke FormCraft Hau Of Growth Also Baumil Adieu Nie wieder werden wir dich brauchen Und ich habe ein Jetpack Also ein Jetpack muss ich noch nachführen Aber trotzdem ich habe ein Jetpack Super Was ich hatte das waren Effizienzruhne Vier Stück Doch nicht Aber wir haben jetzt eigentlich eine Spitzhacke Äh, nicht eine Spitzhacke Eigentlich eine Axt Mit der wir abbauen können Und das Gute ist Sie hat Reparatur drauf Das heißt die geht nicht kaputt Und die... Dann gib mir die mal bitte gleich mal Die Axt Auf, auf Erstmal will ich meinen Zuschauern kurz schauen Äh, das kurz zeigen, okay? Was? Äh, meinen Zuschauern Will ich das kurz zeigen Die Axt Ja, okay Also wenn man rechts drauf baut Baut sie sau schnell ab Wenn man links drauf baut Baut sie langsam ab Und dabei baut sie den entferntesten Holzblock ab Der am Baum ist Ist das nicht gleich eigentlich? Was? Dass der alle... der baut doch eigentlich alles ab Jaja, nein Äh, der baut Aber den entferntesten Block weg Also den entferntesten Holzblock ab Und wenn man nur rechts haust Macht er mehr... Also bekommt der Axt mehr Schaden Dafür baut sie schneller ab Wenn du links baust Äh, macht sie... äh... Baut sie halt schneller Äh, ne Baut sie normal geschwinkert ab Und jetzt kommt das Dings How of Growth Wenn du zu einer Pflanze hingehst Das kannst du auch wenn ich kurz den Leuten zeigen Äh, wenn du zu einer Pflanze hingehst und rechts klickst Ist das wie Bauenmehl Toll nice Also, hier Falls du... Und ich sag's dir Du gehst nicht in die Nähe von Monstern mit diesen Teilen Also sobald du's benutzt hast sollten wir sagen dass wir sie sofort in die Kiste rein tun Weil die dürfen wir nicht verlieren diese geilen Werkzeuge Ja Ansonsten dürfen wir wieder auf normale Art Wäume abhaken Ich hab keinen Bock auf normale Art Wäume aufzuhacken Geht das auch mit... Ja, äh... Äh... Mit allem geht's Mit Ender Lily Seeds geht's auf jeden Fall nicht Sag mal her Ist jetzt 0% ne Ja Ich geh mit rechts klick drauf Baut er ab Baut er ab Baut er ab Ja, okay Versuch mal mit Sugar Canes Glaub nicht dass das auch funktioniert Bei Sugar Canes Warte Ne Nichts Da funktioniert's auch Ja, aber Bei Seeds und Seeds Hast du ihn drauf gesetzt? Nein Ja, ich hab's drauf gesetzt Ist das abgegangen Jo Jetzt kannst du da stehen und warten Bis du genug hast für 10.000 Toasts Gut, kann ich gerne machen Dann hol dich Mach ich mir aber ein leeres Inventar Äh, und bevor du das machst Baue hier am besten Zäune rum Damit du nicht runterfällst Ach, ich fall schon nicht Ich baue für dich Zäune Gut Weil dieses Ach, ich fall schon nicht Ist schon wie Kannst mir vertrauen Ich fall runter Jo Auf jeden Fall Ja Also mach dir am besten Kisten Du musst das ja hinstellen Ja, man kann ja keinen verzauberten Bücher da reinstellen Stimmt ja Ähm Ähm Pisten Zwei Stück Ich glaub wir können auch die Folge wenden Okay Gleich So Baust du grad schon Zäune drum? Ähm Ja Aber ich brauche immer noch Cobblestone Weil wir brauchen noch ein bisschen Cobblestone Um Die Löcher zu füllen Damit auch nichts durch die Löcher durchfahren kann Ja Aber Passiert schon nix Ne Trotzdem Bringen wir halt Bringen wir zumindest Cobblestone genug Mache ich das selber Ich bin unten im Haus Also Da kann ich dir nix bringen Tut mir leid Okay Wart mal Hab ich denn hier das Mit Und das kommt mit Ich fang schon mal an weiter ne Ich mach schon mal weiter Mhm Aber passt ja auch auf den Schaden Okay Wenn's ähm Zu viel Schaden hat Dann darfst du separieren Jo So liebe Zuschauer Ihr werdet jetzt eine ganze Folge lang Nur sowas sehen Wie ich hier jetzt Hier hin und her gehe Oder einfach mal stehen bleibe Weil es dann glaube ich Ein bisschen schneller geht Mit allem So Und das Können wir jetzt Lange machen Ich glaube ich mach mir so wie bei Skyblock So klebe ich meine Tastatur Äh meine Maus fest Und dann geh ich mal weg Naja Das einzige Problem ist Wie gesagt Wenn du weg gehst So lange weg bleibst Da stehst du das Dings Das Tool Dann ist es weg Nee nee Ich würd ja sitzen bleiben Ich würd ja sitzen bleiben Nur dass ich nicht ganze Zeit drücken muss Achso Na das ist ja noch langweiliger Dann sitzen und tanzen Muss das zuschauen So Das nicht Kann ich was anderes nebenbei machen Ja Sagen das Fenster nebenbei offen Oder Jo So Ähm Ich würd sagen Wir machen denn jetzt mal ein Folgenpoislein Bin ich weg ab dafür Aber ich will noch ganz kurz das hier zu Ende bringen Also das Brot haben wir schon in der Tasche Jetzt können wir sozusagen sagen Das Toast Warte ich was unser Reward dafür ist Oha Äh Ich kann Denken Total das Schlechte Ja Also zumindest Wir haben keine Essensprobleme mehr Nicht mehr Jetzt nicht mehr Ja So Mal zu einem anderen Platz hingehen Ja gut Es passt jetzt so wie ich es gemacht habe Wenn du stirbst bist du einfach nur zu blöd Gut Gut Okay Also Vielen Dank fürs Zuschauen Leute Und bis zum nächsten Mal wenn es heißt Dead Stay for the Beast Grey and Skies together Mit Dead Rack der P Und Master Rack der F7 Ciao Ciao